holen guten tag und sie kommen zum nächsten Lauf der F1 1888er Megacop wir sind in Ungarn mit heute Daniel grüß dich er was haben wir heute schon zu verkünden es wird mal sein, das ist das 100. VSL-Rennwurst, seit halb Jahren ja und ich dachte, dass er noch von der 1 oh ne alter ja wenn wir weiter Menschen sind, dann à la Prost von der vierten Position äh, gutes Ding für die, weil die brauchen jetzt mal Punkte, als letztes Team, dann haben wir Hill Jones auch gut, der Jones Burger nur auf 7 für die Ballee, dann Kajima, dann Teamkollege Antretti auf der letzten Position, ich würde sagen los geht's wieder, folgt Leute, in Ungarn und äh, ja, ich hab Angst und Teamkollege hat eine tolle Arbeit geleistet und Fahrer zur Ferrari, der Qualifier Alter, hinten die beiden Wilmser, die schauen aus schon echt alt aus, ne ja, mal gucken, ne und hoffentlich geht es, geht es ja wieder mit Nusserbarerei, gut, ne ich hab kein Bock mehr auf die gleiche Scheiße so viel Erfolg, um ein Grand Prix, auf 3 von 1, los geht's so viel Erfolg, das ist stattdessen und wir beide sind ganz dumm, doll ist Tod 모두 Nein, sorry sorry Entsenkt Untertitelung. BR 2018 Untertitelung. BR 2018 Oh Mann Wo bist denn du gerade? Wo bist du? Ich bin jetzt in deinem Rolex durch. Noch ist dein Ghost bei mir dran. Das ist natürlich jetzt blöd für mich, ne? Ja, das wird vielleicht blöd für dich, wenn ich jetzt hier... Also was ist blöd für mich, wenn ich seh dich ja, Gott sei Dank, das ist blöd für dich in Anführungszeichen. Ne, du weißt ja nicht, wo ich bin. Noch ein bisschen da mehr dran. Oh, da bin ich auch jetzt schon. Daniel? Ja? Boah! He pusht mir auf der Dreck, he pusht mir auf der Dreck. Aber viel lange Zeit, um sich die Kurve abkürzen. Oh, da passiert was, ich küsse durch die Körper. Dein Ghost ist bei mir noch dran. Ja, dein Ghost... Alles klar, was schaffst du da? Sag mal, wenn du willst, dass du dir drüber bist. Na gut, also noch als ein Ansicht für 1,6 vor dir. Ich hab 3,4,5. Ja, 19 bis zu lang. Alter. Und hüpft mir zu mir. Fuck. Na, boah, wo fahre ich jetzt hin, Alter? Nein! Bin ich direkt vor dir, Alter. So, ich bin jetzt nur der Pyre in die Brücke. Na, ich sehe dich ja noch, noch sechst. Na, ich sehe dich. Oh, Alter! Alter, doch, 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 doch. Wer? Du! Ja! Du führst jetzt. Will sich mal schon mal anschieben, um zu gucken, ob das dann bei dir auch funktioniert hat. Ich muss mal ein bisschen langsamer fahren. Ich muss mal testen, ob das funktioniert. Also, wenn ich dir leicht reinfahre, dass du es dann merkst. Du merkst, es hat einfach gar nicht und schießt mich. Du drehst nicht! Ich hab' nicht gewacht! Ich hab' immer wieder, Black Flag for the car! Black Flag guys. Jetzt führst du doch zehn Minuten vor mir. Ja, ja. Weil Gott ist weiter! Gut, ich sehe dich halt noch mal. Oh Gott! Alter, boah! Ich muss mich delizieren! Ich muss mich nicht überwenden! Ich bin jetzt schon echt kackt. So, für uns 2,2. Wenn es sind 10 Tiere hinter mir. Naja, wir können es nicht mehr sehen. Okay, du brauchst jetzt Zeiten im niedrigen 1,24 Fenster, wenn du die Lücke zum Vordermann verknüpfen willst. Wir glauben, dass dein Vordermann mit Standarddrehzahl fährt. Standarddrehzahl. Fährst du gerade fett oder sowas? Nein, Standarddrehzahl. Boah. 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 So, jetzt führe ich wieder. Ja. Boah. Boah, ich bin ja auch drin. Ach, nee. Ja. 5, 8 ey, was ist toll da, ne? Es ist bestimmt Koi vor dir, ne? Oh Gott. So, push hard now, push hard now, we can keep him, we can keep him. Absolut der beste Sektor 1. Absolut der beste Sektor 2. Wunderbar. Hoffentlich gibt einer der Fähigkeiten. Die Box ist für dich bereit, komm diese Runde rein. Ich bin leider nicht drin oder bleibst draußen. Dann hatte ich die Frage. Wieder absolut der beste Sektor 1. Ich bin 15 Sekunden vor Menzel. Ja, ich bin direkt hinter Berger, ja. Der ist direkt nicht gemeint. Also ich bin 16 Sekunden hinter. Was der fuck, Berger? Ich sehe sogar, dass du Dritter bist, das sehe ich gerade. Du hast den verschüttbaren Sprint in diesem Rennen optimal genutzt. Gut gemacht. Na, du kommst easy vor mir raus. Easy, Alter. Ich stehe jetzt. Alter, wie lange brauche ich die für den Stop, Alter? Na, über 5 Sekunden mindestens. 5-7er Stop hatte ich. Ja, easy bist du vor mir, ey. Ich kann nicht wieder beschleunigen. Na ja, du. Es sind keine Stops mehr geplant. Pass auf den Weg, Alter. Komm. Na ja, du hast ein bisschen Zeit gut gemacht. Wie auch immer. Bist du es vor mir, ne? Ja. Ja, aber ein bisschen gut habe ich auch die aufgeholt. Nee, nicht ein bisschen. Der Abschnitt ist gleich geblieben. So heiß. Hast du das Fett an? Jetzt? Ja, jetzt. 2-4-5. Ah, 3. Na ja, sind jetzt zwei runden Junge aus der einen, ne? Ja. Ah! Na, ich hole dich auch nur noch 1,9 Sekunden. Ah. Na ja, ich hole dich auch nur hierin. Achh. 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 Du machst das klasse! Pushen! Pushen! Oh! Oh mein, hart erlaubt. So. Bin jetzt hinter dir gleich, ne? Wow, ich drehe mich gerade selber fast alle. Oh, ich drehe mich gerade. Auf Standard, ne? Wohlgemerkt. Du scheiße, boah. Nein, nein, nein. Guck mal noch hinter dir. 22 ist mein Armstand zum Ende. Nein, jetzt guck mal noch hinter dir. Ach Leute 0,7 nur noch Jetzt bin ich hinter dir Boah Junge ich hab Angst wenn ich dir gleich überholen möchte Boah du fliegst bei mir rum Ja Amst du die Bessels in Sektor 1 Boah Nein Muss vorbeifahren ich hab mich illegal überholt Hab mich jetzt gerade in der Schikane überholt aber ich musste cutten deswegen Boah du oder nicht Na jetzt bin ich mit hinter dir Ich hab mich vorbeigebogen Der erste Berundung ist bei mir so am Startziel Ja Boah ich bin überhaupt ein richtiges Auge wäre Das wäre das richtig altes Bettel wohl was zu sehen Ich bin jetzt rechts Achtung Ja Ich fahre so wie ich kann Na bitte mal innen freilassen Boah du schießt mich ab Alter Boah Du gemacht Ich bin vor dir Ich bin jetzt aber vor dir Ich bin jetzt aber vor dir Boah Alter Boah 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 Da bist du da vorbei Ja Fuck you Alter Boah Was sind das jetzt eigentlich meine Reihen sind im Arsch Fuck you Ok du bist jetzt zweiter Gib richtig Gas und hol den Platz eins zurück Musst du irgendwie Benzinspornen? Scheiß, Alter. Wir schauen uns doch deine Reifen aus. Echt? Boah! Okay, da fing der geil in front of us as a problem nimm. Alter, du hast grad Funken geschmissen hier, die sind durch mein Bild, Alter. Absolut, der beste Sektor 1. Das ist der beste Sektor 1. Was schaffe ich jetzt, Alter? Boah, deine Funken, Alter. Ich bin jetzt zurück hinter dir, Alter. Ho, ho, ho. Also keine falschen Sachen, Alter. Innen freilassen, innen freilassen. Boah! Guys, come on on the trail, we can get in here. We can get in here. Alter, fahr schon die Kampflinie, Alter. Ich bin jetzt links neben dir, ne? Immer noch jetzt. Jetzt bin ich nicht mehr hin neben dir. Boah! You pushed me! 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 Alter, ich bin mal links! Alter, boah! Du wismarhaft nicht wissen, Alter! Hoch, ho, ho,pack, ho! Ich hab's immer durch die Kurve herumgeleckt, Alter! Du merkst das gar nicht, ne? Nein, ich merk dir noch gar nicht! Alter. Oh-ho, innen, innen! Lasst mich immer mal Platz hier, Alter, boah! Ja, innen! Wo ist wohl innen meiner Rechtskurve? ich sage das mit innen in der direkten kurve wo das kann man wirklich we need to get this guy alter bohr mein bildschirm ist schon krumm alter 1,1 sekunden du hast mich gerade richtig hart weggedreht von überrunden davon ist es ein Jones oder sowas der muss sich jetzt weg drehen alter müssen du mal deine reifen einknicken oder nicht weiss nicht ne schaut nsa aus sag mal welche fach oh willst du mich vielleicht wieder hinter dir oder so ich bin jetzt hinter dir alter lass mir ruhig jemand platz ich bin jetzt links ne ich werde ja rechts 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 ich bin ich will rechts nehmen wir wenn wir sehen wir bin vorbei bin vorbei ja und auch außen rum boah ja bin vor dir wow junge du pusht mich oh du wer da sie du musst auf der Trenge gehen du musst kann man pump der jetzt auf geht's boah voller Comeback bin vor dir ich bin vor dir boah ja push mich doch gleich auf Trenge und ich bin da rechts neben dir ich bin immer noch rechts neben dir du dringst mich jetzt musst du mal ein bisschen langsamer aufsatz mich nämlich eh jetzt voll in die Wand geschossen lass ich uns wieder vorbei alle wenn du dich so anguckst ne alter boah jetzt komm mach mal langsamer hier bis mir schaut dann seine Reifen aus sag mal ja schon sind dazu mich mal bitte zumindest du alter boah John John und push mir auf der Trenge machen kommt schon da auf geht's hat er schon so liebensmüde alter die Reifen sind gerade echt ich hole doch wieder auf sich auf ist aber gut so ja klar ich bleib hier in den Schwennen boah alter fahr mal noch ein bisschen langsamer bitte danke ich wollte jetzt ein Bramscheid kriegen das will ich mal langsamer fahren aber wie ich kann muss ich gleich ja ich will aber erst in guys come on guys come on all of you come on guys come on wenn du den Kerl noch überholst bekommst du erstmal punkte nein fuck you also ich bin jetzt links neben dir lass mich jetzt mal bitte durch hier ich bin immer noch links wieder man auch nichts mehr noch 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 nichts mehr nicht ich wüsste bloß haben wir verdammt jetzt wieder zu max ich bin immer noch links wieder ich bin immer noch nichts mehr doch siehst du mich jetzt wohl wieder oder was Junge push mich doch nicht push mich doch nicht mach mal ein bisschen langsamer bitte du push mich gerade durch die Kurven alter Junge Junge Nicht so viel pushen bitte push mich nicht du push mich du push mich Huuu! Game, Alter! Da fehlt die Palli-Szenen! Alter, das war, das war Last Lap Chaos, Alter! Du hast mich dauerhaft durch Sektor 2 gepusht! Ich hab' nichts zu fixen lassen, das ist auf uns der Emo! Okay, dann vielen Dank für's Dose mit euch weiter rein, tschüss! Ciao! Alter! Ich glaub ich muss beim Spiel auch 90. Ja, mach das jetzt mal! Wir haben Punkt 8 aufgehört, gönn dir! So monocke, warum heute nicht? Ne? Oh, hier ist Jan!